Ach ja, kriegen Sie Ihren neuen Boss in den. Großartig. Ist das deine Vorstellung von einem Gespräch? Jetzt reicht's aber. Morgen beginne ich mit dem Kurs. Aerobics? Nein. Flaubert und die häusliche Versklaubung der Frau. Oder muss ein Mensch mit einem Penis ein blödes Arschloch sein? Es ist perfekt. Den Kurs schaffst du mit links? Ganz recht. Es gibt nichts mehr zu essen. Tut mir leid. Dahinter ist so ein Brötchen. Nein, das kann es dir nicht geben. Aber ich weiß. Das ist klar. Ich bin wieder Ducha. Ich bin wieder Ducha. Ich bin wieder Ducha. Ich bin wieder Ducha. Das muss er. Schau, wir checken mal. Da bitte. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Schatten. Who are you talking about, you two? Just, just a kid we met. So, just a kid.